Das war das Schönste, das je jemand zu mir gesagt hat. Ich bin so gerührt. Hoppy Poppy ist zurück! Gleich nach der Werbung, da tauchen wir ein in die traumhafte Welt von Barbie Traumvilla Abenteuer. Das wird euch gefallen. Wetten? Die neue Serie. Wir sind die Dino Ranchers. Und auf geht's! John. Min. Tada! Und Miguel. Okay. Leben auf einer Ranch im Wilden Westen. Gemeinsam mit ihren Dino-Freunden. Ich habe alles unter Kontrolle. Sag mir, wenn's vorbei ist. Wow! Wuhi! Das habt ihr Dino-mäßig gut gemacht, Rancher-Rus. Nur bei Torgolino. Dino Ranch, die neue Serie. Montags bis freitags um 9 Uhr. Oder jederzeit in der Torgolino-App. Jetzt kommt die Werbung. Lissi, Lissi Pony. Lissi Pony, jetzt neu. Entdecke die Ponys deiner Träume. Sie leben in einer magischen Schule und schlafen in Traumbetten, die sich grenzenlos stapeln lassen. Finde das seltene Einhorn mit Glitzerkrone. Die Lissi Ponys, jetzt im Handel. LOL Surprise! OMG Weltreise! City Base Sunset Fly Girl. Flugzeug statt klar. Hurra, die Tots sind da. Neu! LOL Surprise! OMG Weltreise. Mit Tots und Flugzeug. Little Life Pets. Hier kommt das Schweinchen Piggly. Es läuft. Und wackelt dabei lustig mit den Ohren und dem Schwanz. Mit weicher Haut und dem süßesten Rüssel der Welt. Und du kannst es sogar föttern. Little Life Pets. Mein Schweinchen Piggly. Studienkreis. Geiler als Schummeln. Beste Noten vor Ort und online. Mit Deutschlands Nachhilfe Nummer 1. Studienkreis.de. Jetzt kostenlos testen. Die neuen Rise & Rescue Fahrzeuge der Paw Patrol. Wow! Die Autos verwandeln sich für Rettungen in luftigen Höhen. Marshall, lösche das Feuer. Chase, der Baum. Jetzt noch die Tiere retten. Geschafft! Spannende Abenteuer mit den Rise & Rescue Fahrzeugen. Kennt ihr schon die Togolino App? Die App, die alles bietet, was Kinder lieben. Eine Riesenauswahl an Serien. Spannende Hörspiele und Lieder zum Mitsingen. Und viele altersgerechte Spiele zum Entdecken. Für Kinder ab 2 Jahren. Intuitiv nutzbar und absolut sicher. Geprüft durch uns und durch euch. Ihr entscheidet selbst, wie und wie lange eure Kinder die App nutzen. Die Togolino App für eure Kinder. Im Web und in der App. Zum Gucken, Hören, Spielen. Hier kommen die neuen Paw Patrol Fahrzeuge aus dem Kinofilm. Mach dich bereit, die Abenteuerstadt zu retten. Schieße Hindernisse aus dem Weg und lösche das Feuer. Coole Verwandlungen und spannende Action wie im Kino. Mit den neuen Paw Patrol Fahrzeugen von Spin Master. Wir haben die perfekte Lösung gefunden, um an heiß begeistert Sticker ranzukommen. Olli erzählt sie. Ich hab die höchsten Gipfel erknommen. Er benutzt Vinted. Ich hab unermüdlich gesucht. Vinted. Und dann endlich irgendwo im Dschungel. Jetzt mal im Ernst, Olli. Ich benutze einfach Vinted. Da gibt es alle möglichen Sachen und Marken. Zu super Preisen. Und ich kann mehr aus meinem Geld machen. Hol dir heute kostenlos die Vinted-Type. Du willst es haben? Hol dir bei Vinted. Jetzt neu. Die große Pferdewelt von Playmobil. Los geht's auf dem Trainingsplatz mit Pferdeboxen. Komm Sparky, wir gehen zum Reitturnier. Wow, super Sprung. Showtime beim Dressurreiten. So viele verschiedene Pferde. Oh, wie süß. Die große Pferdewelt von Playmobil. Jetzt neu. Jetzt kannst du eine Reise in eine längst vergangene Zeit antreten. Wilde Pokémon in ihrer freien Umgebung entdecken. Und eine riesige Landschaft erforschen. Ein legendäres Abenteuer erwartet dich. Pokémon-Legenden Arceus. Auch erhältlich im Nintendo eShop. Pursepads. Der coole Fashion-Trend mit Wow geht weiter. Jetzt wird's flauschig und lebendig. Taschen zum Streicheln schön. Neu. Mini-Pursepads. Super stylisch und absolut angesagt. Pursepads. Und dein Look wird lebendig. In Animal Crossing New Horizons könnt ihr die Jahreszeiten zusammen von ihrer schönsten Seite erleben. Animal Crossing New Horizons. Auch erhältlich im Nintendo eShop. Deine Freunde sind da. Wie wär's mit einem Straßenfest? Los, stellt das Viertel auf den Kopf. Und feiert eure Freundschaft. Im neuen Lego Friends Wohnblatt. Lego Friends. Freundschaft verbindet. Kablab. Die Zeit tickt. Würfeln, Karte umdrehen und Begriffe nennen. Eklige Dinge. Nackt schmecken. Rosenkohl. Nikos Füße. Was? Unheimliche Dinge. Zeit für den explosiven Spielspaß mit Kablab von Hasbro Gaming.